Guck mal her, ich weiß nicht ob er die Eierschalen essen dürft, aber... Oh Gott sind die süß. Die sind nicht, wa? Brot ist Gift für euch. Brot dürfen wir auch nicht. Oh Gott wie die Betteln, die kommen richtig nah ran. Ja ich geb aber kein Brot. Wieso die streicheln um? Ja Eierschalen fresst er nicht. Oh wie sie schnattert. Dürft ihr Äpfel essen? Ich weiß nicht ob sie es fressen. Wir müssen nächstes Mal Haferflocken mitbringen. Ne Entenfutter bei mir im Zooladen. Ja. Die sind doch noch nie Betteln gekommen. Mal sehen, wie süß. Oh Apfel fressen sie. Was sind die süß. Ich muss weiter weg gehen, weil sie so nah ran kommt. Einen halben Meter hier sind sie an uns. Ne, Apfel fressen sie doch. Aber nicht mit Schale. Das kriegen sie nicht verdaut. Ich hab nichts anderes meine Süßen. Ich geh nochmal zum Gelbsplitter. Ja. Ja. Ja.